Pflege und Wartung sind wie bei allen technischen Geräten sehr wichtig. Worauf gilt es besonders bei Waschmaschinen zu achten? Erstens, regelmäßig einmal im Monat einen Waschgang mit 90 Grad durchführen, um Bakterien abzutöten. Bei diesem Waschgang idealerweise Maschinenreiniger verwenden, um die Maschine chemisch zu reinigen. Drittens, besonders auf die Dosierung achten, um die Stolke sauber zu verhalten. Was aber tun, wenn die Reizstörer in die Gerüche oder seltsame Geräusche zu hören sind? Dann hilft nur eines, ein Waschmaschinen-Service aus dem E-Le-Center Neumet. Was für ein Service alles bienhaltet, zeigen Sie uns, unser Techniker ja. Was soll das hier nicht tun? Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017